Funktioniert ein LED-Tragfahrlicht auch noch im Winter bei minus 30 Grad Celsius zuverlässig? Dies ist eine typische Frage, die im Rahmen der Umweltsimulation überprüft und beantwortet werden kann. Durch Produktqualifizierungen, die der Absicherung unseres hohen Qualitätsstandards dienen, können die verschiedensten Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Staub, salzhaltige Luft, Vibration, Temperatur und Luftfeuchte simuliert werden.